Liebe Kollegen und Kolleginnen aus der Finanzwelt, stellen Sie sich vor, Sie sind die Architekten der Sicherheit, die Hüter sensibler Daten, die Beschützer des Vertrauens. Doch das ist nicht alles. Sie sind die Schöpfer einer neuen Ära des digitalen Fortschritts, die nicht nur Ihre Kunden selbstbewusst einfordern, sondern Sie auch ermöglichen wollen. Vorbei ist die Zeit, in der Cloud-Entwicklungen an Ihrem Haus auf Basis bestehender Regulatorik vorbeiziehen mussten. Lernen Sie von der NCV AG oder Signal Iduna, wie digitale Innovation und der Einsatz von Cloud-Technik sich harmonisch ergänzen und Ihre Kunden sowie Mitarbeitenden erfolgreicher machen. Ich lade Sie daher herzlich zum Develop Summit 2024 ein, bei dem wir mit über 2000 Menschen in einer inspirierenden Art auf Deutschlands größtem DMS-Event über Vereinbarkeit von Innovation und Regulatorik sprechen. Hier erwartet Sie nicht nur Wissen, sondern auch Inspiration, Innovation und die Chance, Ihr Netzwerk durch Gleichgesinnte zu erweitern. Seien Sie dabei, wenn wir gemeinsam die Zukunft der Finanz- und Versicherungsbranche gestalten. Der Develop Summit 2024, wo Visionäre zusammenkommen und Grenzen überschreiten. Wir freuen uns auf Sie.